Der Erfolg damals war dermaßen durchschlagend, dass bei uns sehr schnell der Gedanke aufkam, ihn bilateral versorgen zu lassen, also beidseitig implantieren zu lassen. Dies war damals bei Kindern noch nicht Stand der Technik, sage ich jetzt. Also ich bin extrem froh, dass sich meine Eltern dafür entschieden haben, mich bilateral implantieren zu lassen. Es ist für mich heute eine Selbstverständlichkeit, dass ich auf beiden Seiten hören kann, und dass ich weiß, woher ein Geräusch kommt und vor allem habe ich auch das Gefühl, dass ich nur wenn ich mit beiden Prozessoren unterwegs bin, dass ich dann wirklich auch Menschen verstehe, auch wenn Störgeräusche vorhanden sind. Und wenn ich nur einen Prozessor habe, dann hört sich das für mich alles nach einer Spur an und ich kann nicht wirklich filtern, was für mich wichtig ist. In der Zeruzehau, in der Zeruzehaukunde, haben wir gesehen, dass der Zeruzehaube der Zeruzehaube der Zeruzehaube deutlich ist, dass der Zeruzehaube der Zeruzehaube sehr deutlich ist. Also, wenn du bei der Zeruzehauberg selectst Backoro als die Zeruzehaube der Zeruzehaube meinen, wenn du da Festival制 Ioisch bet quanto vorst, diesen Umfall dieser Zeruzehaube den Zeruzehaube rangenehmend, Wenn er mit ihm ein Spiel zu spielen, dann schlägt er, dass er uns mit dem Geräusch befindet. Das bedeutet, dass er den Geräusch mit dem Geräusch macht. Es ist für mich ein Unterschied, zwei Implantate zu haben als wie eins, weil ich höre mit zwei Implantaten besser und feiner. Es gab mehrere Miracle-Momenten mit meinem Implant. Ich denke, die zwei, die ich die meisten erinnere mich, waren das erste Mal nach der Aktivation. Wir gingen zu einem Café und ich trinke ein Glas von Wasser, putte es an der Stonetable, und ich konnte es mit meinem leften Ere und ich hatte nicht gehört in dem Ere für 18 Jahre. Und das zweite Mal war das erste Mal, dass ich in der Chor mit meinem Implant singe, weil ich vor dem Single-Sided-Deaf, nur ein Teil des Chors. Und mit dem Implant, ich dann hatte die Möglichkeit, zu erleben, die ganze Body of Sound zu erleben. Und es war wirklich bewegend, und es war wirklich toll, und es war wirklich verrückt, und es war wirklich verrückt. Sie verändert mein Leben. Ich dachte, ich war wirklich wirklich ein sehr quietes Person. Und es ist, ich bin wirklich wirklich nicht sehr quiet. Ich war einfach nur quiet, weil ich immer immer Probleme, mit all den Gesprächen. So, mit Cochular Implants, und die Abilität zu bleiben, mit Grupp Conversations, ich finde, ich bin eigentlich quasi social. Ich bin eigentlich mehr outgoing als ich ever realized ich war. Die Vorteile, ich habe von zwei Implants, war, dass ich viel besser trackere, das Geräusche. Ich habe, um, die Richtung, woher es kommt. Wenn die Leute hinter mir sind, ich kann, woher sie sind, und woher sie sind, woher sie sind. Ich bin immer noch mehr kommunicativen mit den Leuten, weil ich noch mehr Influen habe, dass ich noch mehr Influen habe, in mir, zu sprechen, zu hören, zu hören, zu hören, zu hören. Die Kommunikation mit den Leuten ist wirklich besser seitdem ich mein zweiten Implant. Ich kann weniger zu sagen, dass ich mich mehr zu sagen, ich fühle mich weniger zu sagen. Ich fühle mich weniger zu sagen. Euer Martin. Tschüss.